Die gestiegene Inflation schlägt sich auch in den Politikergehältern nieder. Sie bekommen im kommenden Jahr um 5,3 Prozent mehr Geld. Der Rechnungshof hat diese gesetzlich festgelegte Erhöhung um Donnerstag im Amtsblatt der Wiener Zeitung veröffentlicht. Sofern der Nationalrat keine andere Regelung beschließt, tritt die Erhöhung mit 1. Jänner 2023 in Kraft. Ausgangspunkt der Bezügepyramide sind die Einkommen der Nationalratsabgeordneten. Sie erhalten kommendes Jahr 9.873 Euro brutto monatlich um 497 Euro mehr als heuer. Ausgehend von deren Gehältern werden in dem nach mehreren Gagenskandalen 1997 fixierten System auch die anderen Politikergehälter berechnet, mit einer gewissen Einschränkung. Weil für 2021 für die Bundespolitiker bis hinunter zum Klubobmann-Ebene sowie für die Volksanwälte und die Rechnungshofpräsidenten eine Nulllohnrunde beschlossen worden war, gilt für diese ein anderer Ausgangswert für die 5,3-prozentige Erhöhung, nämlich 9.536 Euro. An der Spitze steht Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der 280 Prozent des Ausgangsbetrages und damit 26.701 Euro, also ein Plus von 1.344 bekommt, vor Bundeskanzler Karl Nehammer mit 23.840 Euro Monatsgage, einen Plus von 1.200 und Vizekanzler Werner Kogler mit 20.979 Euro und einen Plus von 1.056 Euro. Die Landeshauptleute erhalten maximal 19.745 Euro, wobei das Bezügerbegrenzungsgesetz für Landespolitiker nur Obergrenzen vorgibt, die auch unterschritten werden können. Minister erhalten kommendes Jahr 19.072 Euro, das ergibt ein Plus von 960 Euro. Den Klub Obleuten der fünf Parlamentsparteien stehen 16.211 Euro zu, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka erhält 20.026 Euro. Neben dem Landeshauptmann regelt die Einkommenspyramide auch die Obergrenzen für eine Reihe weiterer Landespolitiker, darunter die Landesräte mit 17.771 Euro, die Landespräsidenten mit 14.809 Euro und die Landtagsabgeordneten mit 7.898 Euro. Und die Bundesratsmandatare erhalten genau halb so viel wie ihre Kolleginnen und Kollegen im Nationalrat 4.936 Euro. Bei der Festlegung der Gehaltserhöhungen hat Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker keinen Spielraum. Sie ergeben sich aus einem gesetzlich festgelegten Anpassungsfaktor. Der entspricht entweder der Inflationsrate in der Zeit vom Juli des Vorjahres bis zum Juni des aktuellen Jahres oder der für das Folgejahr festgelegten ASVG-Pensionserhöhung. Herangezogen wird der niedrigere Wert. Für 2023 war das die Inflation mit 5,3 Prozent. Der ASVG-Wert lag bei 5,8 Prozent.